Ich bin Francesco Biel, Co-Präsident vom VSS, Verband der Schweizer Studierendenstatt. Wir haben zusammen mit vielen verschiedenen Jugendorganisationen die Kampagne Erasmus Plus CA gestartet, so dass die Schweiz ab 2021 wieder voll assoziiertes Mitglied an Erasmus Plus sein kann. Warum ist das Thema wichtig? Das Thema ist wichtig, weil viele Schweizer Studenten und Studentinnen von einer Austauscherfahrung enorm profitieren. So können Ihre beruflichen, aber auch Ihre privaten Fähigkeiten enorm verbessert werden. Mit der Schweizer Lösung liegen Ihnen momentan aber viele Möglichkeiten verwehrt. Auch die Schweizer Hochschulen würden von einer Vollassoziierung enorm profitieren. Gerade im Bereich Kooperationen gibt es noch viel Verbesserungspotenzial. Darum unterschreibe auch du die Petition, so dass die Schweiz ab 2021 wieder voll assoziiertes Mitglied an Erasmus Plus ist und dass alle Schweizer Studenten und Studentinnen von einem guten Austausch profitieren können.